so guten morgen es ist zwei minuten nach zehn bis zur zeit haben auch gegeben ich hoffe sie können mich alle hören kommt einmal ein bisschen leise aber sonst okay wunderbar ja das sind genug jahrs ich glaube da können wir auch loslegen so wir haben nicht mal 50 prozent erreicht laut xing haben sich 209 leute sogar angemeldet und wir haben jetzt knapp 107 teilnehmer ab und so kommt alle dazu dann gehen weg wir werden sehen was am schluss kommt zur konferenzorganisation sie haben wahrscheinlich schon gemerkt dass das meeting auf office 365 gehostet wird und wir deshalb keine autoeinwahl per telefonie haben das ist die übliche krankheit für office 365 aber als hier 200 leute sich angemeldet haben habe ich mir verkniffen das auf der infrastruktur von network zu hosten so viel bandweide haben wir dann doch nicht diese präsentation wird im wesentlichen eine powerpoint präsentation sein ich habe eigentlich keine demos oder videos die ich zeigen möchte es reicht also wenn sie einfach nur ihren bildschirm betrachten und ja mir vor ich sehe dass einige leute kein ton haben jetzt sehe ich natürlich die meisten leute haben ton das heißt senken tue ich und viele hören das heißt prüfen sie mal ob ihr lautsprecher eingeschaltet ist ob sie das richtige auch die device eingestellt haben irgendwie das stumm geschaltet haben das kann die verschiedensten dinge sein dresden hört alles also um die halbe welt sind wir schon gegangen wunderbar los los davon wir schalten den dm chat jetzt einfach ab und link hat in der großen umgebung die möglichkeit einen sogenannten q a bereich zu betreiben das heißt dass man die nachrichten nicht mehr links im chat macht und es wird nicht unübersichtlich sondern dass jeder seine frage stellen kann und dass die frage dann entsprechend von mir oder vom kollege beobachtet werden kann und auch entsprechend beantwortet werden kann ich mache einfach mal weiter ich habe eine ganz kurze information wer hier spricht für die leute die mich nicht kennen mein name ist frank arius ich bin der betreiber der msxf haq ziemlich bekannt im bereich exchange in letzter zeit mache ich viel mehr mit links dahinter steckt die firma network wir haben so vier geschäftsbereiche einmal communication darunter darunter verbirgt sich quasi link und exchange den bereich collaboration ich wurde sharepoint platform service darunter verstehen wir active directory dns zentrikade load balancer ip routine direct access alles was so ein systemhaus natürlich macht und wir haben managed services das ist quasi unser support als information für alle die jetzt nicht hören ich schreibe ich schreibe mal kurz auf dass die session aufgezeichnet wird das heißt die die kein ton haben können sie dann jetzt lesen dass das ton funktioniert und wir werden die hinterher zum download auch bereitstellen wer also jetzt nicht hören kann kann sie später nachlesen das zweite standbein von der network ganz kurz ist die produktentwicklung produktentwicklung ein softwarehaus in kusik genossen proxy haben sie sicherlich auch noch gesehen und in kusik ist im moment natürlich so ein heißes thema durch das thema verschlüsselung es mal in pgp die e mail da helfen meine kollegen gerne wenn bedarf ist hier nochmal kurz als übersicht wir sitzen in paderborn sind 95 gründer ca 40 mitarbeiter zu meiner person hatte ich schon was gesagt lassen sie uns mit der technik anfangen thema des vortrags ich wurde von der firma camp gebeten mal vortrag über das thema notbalancer zu machen natürlich nicht ganz ohne eigennutzen das ist auch völlig in ordnung wer mich aber kennt weiß dass ich in der regel keine produktpräsentationen von microsoft mache oder andere powerpoints verwende sondern meine eigenen verwende und ich habe mir überlegt was könnte thema des vortrags sein und ich spreche einfach aus meinem praktischen umfeld aus meinen eigenen kunden wo ich sage single server war gestern es ist mittlerweile sogar so dass die kleinen firmen wobei klein vielleicht 100 200 leute sind durchaus etwas auf verfügbarkeit geben die größeren firmen haben natürlich den bedarf skalierbarkeit hoch zu bringen und die weltunternehmen erwarten natürlich noch eine pfadoptimierung das heißt jemand der in deutschland sitzt möge die daten aus dem deutschen web server bekommen die in usa sind aus dem usa aus der amerikanischen cloud oder was auch immer verfügbarkeit selbst besteht aus vielen komponenten die meisten sehen im ersten moment nur den server sagen oder oh das ist ein exchange server wenn ich den hochverfügbar machen möchte mache ich eine dank draus wenn ich einen webserver habe stelle ich mehrere neben dran für lymk macht man entsprechende pools aber die verfügbarkeit ist die gesamtkette das heißt sie müssen sich auch gedanken machen über dns über firewalls über router über switcher wird auch meine netzwerkkarte doppelt anbindet und selbst der client hat eine komponente bei der hochverfügbarkeit weil er ist derjenige für die antrage stellt und letztlich auch mitarbeiten kann um einen dienst besser zu erreichbar zu machen da komme ich gleich noch drauf und was gerne vergessen wird wenn man nun alles hochverfügbar installiert hat also mit cluster und lot bei der zahlung drum und dran darf man trotzdem nicht vergessen dass man das system überwacht es wäre nicht das erste mal dass bei uns ein kunde anruft und sagt ich habe einen festladenausfall und auf die rückfrage warum denn sagte einfach ja im raid ist jetzt ohne festlade kaputt gegangen das ist dann nicht mehr nur peinlich zur lastverteilung kommt was anderes dazu das heißt nämlich man baut mehrere systeme auf und sorgt dafür dass die zugriffe der anwender entsprechend verteilt wird der oberbegriff des vortrags heißt verfügbarkeit und lastverteilung weil beide dinge sind eigentlich nicht losgelöst voneinander zu betrachten immer dann wenn ich last verteilen möchte habe ich mehrere server also muss ich verteilen und wenn ich mehrere server habe ist die gleiche argumentation um die verfügbarkeit hochzubringen also trennen sie die beiden sachen nicht jetzt schon mal weiter wir sprechen nicht über dinge die man nicht über load balance oder andere techniken verfügbar machen muss also dhcp server ganz einfach installieren sie zwei stück mit dem getrennten dhcp bereich oder gerne auch überlappen das geht mittlerweile auch bei ip routing kann man mehrere router mehrere default gateways eintragen dns und active directory sind von hause aus hoch verfügbar sie haben einfach mehrere server davon da sehen sie schon dass der client die intelligenz hat wenn ein dns server nicht antwortet den nächsten zu nutzen das heißt das muss man nicht im server bank etwas machen und der mail versand zwischen mail servern dafür gibt es den x rekords und da können sie auch zwei oder drei haben wenn er so einen mail server einen mail an seinen kollegen bei einem anderen firma senden möchte und der erste ist nicht da nimmt den zweiten da ist eine queue dazwischen davon merken benutzer nicht für sie heißt es nicht jedes protokoll benötigt eine aktive last verteilung das heißt man muss das immer pro protokoll sich entsprechend antworten wir sprechen also über protokolle die zum beispiel eine einzelne tcp connection zum beispiel telnet ssh rdp auf dem server pop3 abrufe imab abrufe oder wegen mehr auch der smtp versand von einem drucker der sich nicht mit mx rekords auskennt das heißt ein client macht eine tcp connection auf versucht seine informationen weg zu kriegen und fertig und wenn das ziel in dem moment nicht erreichbar ist und nicht verfügbar ist hat er einen fehler teilweise sieht es da anwender teilweise nicht wir müssen aber auch darauf aufpassen was machen wir mit diensten die mehrere tcp verbindungen aufmachen zum beispiel wenn sie mit dem browser eine webseite öffnen dann gibt es hier sehr wohl mehrere zugriffe das heißt er holt sich die html seite aber dann die ganzen bilder und die stylesheets und was software alles kommt macht dann die regel über mehrere parallele streams und die geschwindigkeit zu öffnen es gibt protokolle die einen rückkanal öffnen fdp so ein beispiel auf port 21 machen sie die verbindung auf und über die steuerungskanäle wird ein anderer port übermittelt wo die verbindung zurückkommt es gibt protokolle mit sekundären ports mafi ist ganz extrem Outlook startet verbindet sich zumindest bis 2010 inklusive auf port 135 und bekommt von dort die info auf welchen port der information store und auf welchen port der directory service läuft die kann man fest suchen beim load balancer ist das aber wichtig ist wenn ich das erste mal dass ich zu einem server gehe sagt wo läuft dann exchange dienst bekommen den port 50.000 und verbinde mich mit port 25.000 und die load balancing technik schickt mich zum nächsten exchange server der vielleicht einen anderen port hat sehr ungünstige dinge in der geschichte da kommen also gegriffen wie affinität hinzu und es gibt natürlich verschlüsselte verbindungen also alles mit ssl ist wenn ich dort mich nur auf ip adressen beschränke können einige dienste nicht funktionieren also spätestens dann muss ich mir überlegen wie schaue ich da rein und zum beispiel an bococcus etwas zu fliegt hat out of scope dieses mal sind sonderfälle wie ein redirect wenn sie also auf www.gmx.de gehen sich anmelden dann laden sie auf www.gmx.de um ihre mails zu lesen also wenn nur ein direktor die erste verbindung aufnimmt und sie dann per hdp-request zu einem anderen server senden aus lastverteilungsgründen oder link macht das wenn ich mich mit link und link client gegen eine server authentifizierung bin auf dem falschen bekomme ich ein zip-reger ja behandeln wir hier jetzt auch nicht den tmg der tmg ist ein load balancer allerdings nur für hddp hddps er kann kein load balancing selbst für andere dienste die smdp pop oder imab machen und wenn sie mehrere tmgs nebeneinander stehen wird natürlich auch die externe seite von draußen zum tmg verteilt werden und dann nutzt der nld da komme ich später drauf es gibt beim ies eine funktion ies application request routing auch diese kann anfragen auf mehrere backend server verteilen das ziel hier ist aber eher die skanierbarkeit und was hilft ihnen wenn sie nur einen dieser reverse proxys hätten haben sie keine hochverfügbarkeit also müssen sie wieder 2 haben also müssen die beiden wieder hochverfügbar trennen insofern das ist nur eine applikation die dahinter steckt der windows 2012 2 web application proxy den microsoft ja ein stück weit als tmg nachfolger platziert macht kein load balancing zum backend und kein load balancing für eingehende verbindungen über die möchte ich also nicht groß weiter reden sie haben jetzt ein paar mal den begriff gehört affinität affinität ist eine ganz wichtige geschichte wenn ich im hintergrund zwei oder mehr server habe und ein client macht eine verbindung auf und kurz danach macht der client eine zweite verbindung auf dann ist es in den meisten fällen sinnvoll dass diese zweite verbindung zum gleichen server geht dazu sei allerdings erforderlich dass der load balancing mechanismus ein kriterium findet anhand er die leute auf die verschiedenen clients auf die verschiedenen backend server verteilt eine ist natürlich zu sagen gut natürlich egal wenn da eine verbindung kommt schicke sie zum nächsten server das ist aber ungeschickt wenn sie sich zum beispiel per http auf einer webseite anmelden und der nächste zugriff wenn sie quasi den auto von mail öffnen der nächste zugriff geht auf einen zweiten web server und der erwartet wieder eine anmeldemaske von ihnen oder auf den dritten und so weiter das ist völlig verkloppt deshalb ein load balancing technik kann anhand der source ip arbeiten das ist nett das funktioniert in den meisten fällen aber was passiert wenn viele client sich in einer source ip verwerben also zum beispiel die ganzen jungs die über mobiltelefone über umps online sind verwerben sich nur in der wenigen ip adressen microsoft selbst hat so ein problem auch stellen sie mal wo es ist in der firma mit tausend mitarbeitern die alle ihre exchange post welche in der cloud haben und alle über eine firewall rausgehen wie verteilt microsoft in der cloud den traffic wenn alle von der einen ip der firewall kommen das sieht aus als wären 2000 oder 1000 ausflugs hinter einer ip adresse das sind ganz neue anforderungen deshalb gibt es einige dinge die über http gehen und dort gibt es den http header das heißt authentication header user agents irgendwelche anderen felder die eine applikation zum beispiel einfügt oder den load balancing selbst einfügen kann wichtig für den verteilmechanismus egal welcher hersteller und welches produkt das ist das sollte eine möglichkeit haben den endpunkt des clients individuell zu erkennen und basierend auf der verantwortung der anwendung den traffic weiter zu verteilen und dazu gehört natürlich copy wenn man das ganze über ssl macht ist natürlich klar dass man ssl aufbrechen muss sprich der lastverteilmechanismus muss mit dem zertifikat den ssl verkehr entschlüsseln dann die inhalte angucken und entsprechend wieder zum beckenserver verteilen kleiner vorteil die strecke zwischen load balancer und beckenserver muss nicht verschlüsselt sein damit entlastet man den beckenserver und spart auch auf dem load balancer noch ein bisschen verschlüsselungslast heißt aber auf dieser strecke sollte nicht jemand mit lauschen also nicht dass ihnen passiert wie google dass jemand auf die webseite von google in den usa geht und der zugriff aufs datacenter in europa wird von der msa mit gelauscht zumindest wenn man den aussagen glauben darf ich werde in der präsentation einige animationen verwenden und damit wir da alle zum gleichen punkt sind habe ich mal eine erste einfache animation gemacht Sie sehen links ein client der hat die ip-adresse aaa1 weil er im subnetz aaa ist und der client ip1 hat in der mitte ist ein router der hat die bbw1 im subnetz b und ganz rechts ist ein service der hat quasi am ende die punkt 2 oben sieht man diesen a-rekord bbw a auf die zieladresse und was jetzt passiert ist der client macht eine anfrage also so ein client stammt lieber browser und möchte auch bbw pma e der client fragt den dns server der dns server antwortet der client formuliert ein paket von seiner source ip also von aaa1 doppelpunktiertem iport auf das ziel destination des bbw2 doppelpunkt 80 das paket geht rüber zum web server der web server baut eine antwort darauf umgekehrt ist das heißt die quelle ist wieder bbw2 oder 80 und das ziel ist jetzt der iport des clients und das paket geht soweit zurück das heißt eine ganz einfache animation und jetzt schaue ich mal an was ist die erste möglichkeit einer ruf verfügbarkeit die erste möglichkeit einer ruf verfügbarkeit ist die durch ein ip failover bestens bekannt durch den microsoft cluster service das heißt auf der rechten seite ist ein service der ist hier grün angezeigt der hat die virtuelle ip adresse bbw4 mit der mac adresse und der client macht als nächstes wieder die anfrage auf den dns server bekommt die adresse und dann stellt er ein paket an diese virtuelle cluster ip das paket geht nach rechts zum cluster server zum virtual service der kombiniert die antwort und schickt es zurück insofern ist das nicht viel anders als bei der ersten bei der ersten animation interessant hier ist nur wenn der service ausfällt wird er durch eine technik zumal gemeint so cluster service auf den zweiten knoten geschwenkt jetzt passen sie auf unten rechts steht als mac adresse noch b2b2 drin das heißt die mac adresse des zweiten knoten wenn ihr jetzt ein punkt ist nämlich dass durch den schwenk der cluster service rechts die mac adresse ändert und damit der router das mitkriegt dass die ziel ip jetzt unter anderem physikalischen knoten ist muss er ganz viele uprequests senden durch diese uprequests lernt der router das und bekommt die daten rüber es gibt noch eine zweite geschichte wenn sie nicht gleich mit dem microsoft cluster service arbeiten möchten ich habe ein skript veröffentlicht er mit mini sft das ist ganz einfach ein powershare skript was auf einem server am standby server läuft den aktiven server anpingt und entsprechend wenn der erste server nicht da ist schwenkt auf einen anderen server so ich höre jetzt gerade dass die autoqualität nicht so gut ist wie ich mir es eigentlich erwünscht hätte oder erhofft habe jetzt geben sie mal eine kurze zeit ich wechsle mal kurz das audio gerät also das headset vielleicht wird es dann entsprechend besser so ist es jetzt besser ich hoffe mal dass da ist ein feedback kommt dass die qualität jetzt besser ist von der sprache gut so haben wir auch gleich den test gemacht das ist gut und schlecht ich habe extra ein draht geboten missgenommen weil ich angst hatte mit ich laufe auf akku jetzt habe ich mal ein standard drahtloses wunderbar dann ist das jetzt auch ein stück weit besser auch klarer extrem leise jetzt viel schlechter dann liegt es doch nicht bei mir sondern vielleicht einer cloud und einer bandbreite irgendwo wir machen das jetzt mal so weiter doch jetzt ist es gut wunderbar technik die begeistert gut das war ip failover schauen wir uns mal das datenblatt das ip failovers entsprechend dann wenn man zum beispiel ping auf so eine virtuelle ip macht und der failover passiert dann ist eine ganz kurze ausfallseite wenn ich über diese ip failover techniken telnet server verfügbar mache dann ftp server verfügbar mache dann ist ein reconnect applikation erforderlich es ist sehr schnell allerdings wieder möglich outlook selbst das war früher exchange 2003 cluster zum beispiel im apps server den weg umfallen zu lassen heißt der outlook macht ein reconnect interessanterweise beschwert sich outlook nicht das heißt outlook geht scheinbar häufig davon aus dass eine connection mal nicht funktioniert und informiert den anwender darüber nicht nicht sofort sondern erst später bei smtp ist es so dass eine bestehende connection natürlich verloren geht aber eine neue verbindung erreicht zuverlässig den service heißt wenn gerade den druckern scan per mail schickt und in dem moment passierten failover dann müsste er es nochmal senden http sessions sind entsprechend auch wieder aufzubauen diese cluster und ip failover geschichte ist natürlich genial für fileserver und da kommt auch immer noch zum einsatz oder auch für sql server die nicht mit mirroring arbeiten können hier noch mal ganz kurz das datenblatt zur referenz können sich später ja auch angucken aus meiner sicht sind ip failover eine einfache hochverfügbarkeitsoption insbesondere dann wenn die dienste nicht auf mehreren servern verfügbar sein können aber es ist natürlich keine last verteilung es ist nur der eine aktiv und der andere sind standby also 50 prozent provisioning wenn man das mit microsoft cluster macht ist heute die lizenz im windows standard server ja mit drin früher muss man dafür noch extra bezahlen schauen wir uns mal das nächste an dns round robin wenn mich jemand fragt ist dns round robin hofer verfügbarkeitslösung dann bekommen sie antworten von leuten die sagen dns round robin ist keine hochverfügbarkeitslösung andere sagen dns round robin ist eine hochverfügbarkeitslösung beide haben irgendwie recht es hängt nämlich vom protokoll ab der trick bei dns ist ein hostname oder ein name eines service hat mehrere ip adressen und das machen einige wenn sie mal kurz gucken ich stelle eine anfrage an einen dns server und ich bekomme eine antwort zurück und hier eine beispiel antwort von google das heißt wenn sie namensauflösung auf www.google.de machen bekommen sie ganz viele adressen im beispiel sehen wir jetzt hier noch dreieinhalb ich glaube es sind insgesamt 16 und bei jeder anfrage kommen noch ein paar mehr also die müssen ganz viele server irgendwo haben die auf unterschiedliche ip adressen reagieren und der client schnappt sich dann davon von der antwort einer ip und macht die verbindung zu diesem einen service in meinem beispiel jetzt sind unteren server mit der punkt 2 der server antwortet darauf und die antwort geht zum kleinen zurück was jetzt interessant ist bei dieser dns round robin geschichte ist es ist eine gute möglichkeit wenn der dns server es unterstützt um ausgehend von der source ip eine optimierte antwort zu liefern also stellen sie vor ich sitze in deutschland und möchte auf www.google.com und es gibt in europa irgendwo einen web server der diese antwort liefern kann dann wäre der dns server gut beraten mir die deutsche ip adresse zu geben und nicht eine in den usa um den verkehr kurzfristig zu machen und was die wenigsten schon mitgekriegt haben ein windows dns server macht das per default in ihrem active directory allerdings nur wenn der client der fragt und der ziel server im gleichen subnetz sind oder die ip adresse dann liefert der dns server die ip adressen im gleichen subnetz an der ersten stelle aus also wenn sie zum beispiel sagen ich suche nach einem domain controller per dns und sie haben 567 domain controller weltweit verteilt und zufällig auch einen vor ort im client netz dann ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass alle clients den vor ort nutzen der client verbindet sich zu der adresse und der windows active directory client ist in der hinsicht auch optimiert wenn der service nicht erreichbar ist schwenkt er zum zweiten für diesen fall ist dns round robin gucken sie eine active directory dns eine gute möglichkeit hoch verfügbarkeit zu machen schaue ich mir das jetzt bezüglich auf die clients an dann stellen sie natürlich fest ein ping ist bisschen blöde wenn ich ein ping auf so eine round robin adresse habe wenn ich den server anspreche der funktioniert komme ich eine antwort wenn ich ein anderer anspreche bekomme ich keine antwort also dieser geht geht nicht wenn ich aber jetzt mal tell net machen ich habe jetzt ein paar net man mitschnitte generiert dann sehen sie hier das ist nett man mitschnitt von einem tell net auf einen namen der 2 ip adressen hat als ziel nämlich die 10 111 und die 192 68 100.59 und sie sehen er versucht erst den synchronize mit der ersten adresse nach drei sekunden noch mal nach sechs sekunden noch mal und nach zwölf sekunden hat er auf also danach hat er aufgegeben und versucht zum anderen zu gehen das heißt dann tell net client macht automatischen failover allerdings habe ich ein 21 sekunden verzögerung vorausgesetzt ich habe zwei server und einer davon ist nicht da wenn ich natürlich zehn server habe und neun davon sind nicht da dann habe ich neun mal 21 sekunden im schlimmsten fall als verzögerung schaue ich mir ein ftp an also den ganz normalen ftp exe die kommandozeile von windows habe ich genau das gleiche verhalten also auch ein ftp macht das wenn sie also per kommandozeilen ftp starten um eine datei runterzuladen und sie haben zwei server die den gleichen inhalt haben eine davon ist nicht erreichbar dann merken sie das nur dadurch dass eine verzögerung von knapp 21 sekunden da ist und dann gehen der klein zum nächsten also dns round robin kann eine lösung sein andere ftp produkte wie zum beispiel phil ziller den ich gerne nutze macht das nicht der bleibt bei der ersten ip hänge macht kein round robin für die also ist nicht mal protokoll abhängig sondern wirklich klein abhängig schauen sich outlook an mit ihm ab 4 gleiches verfahren er versucht den ersten server wenn er den ich kriegt nach 21 sekunden den nächsten interessant wird jetzt welchen internet explorer nutze der schwenkt nämlich hin und her und hin und her ich habe jetzt also absichtlichen namen genutzt der auf zwei server gegen die beide nicht erreichbar waren und so sieht man dass ein browser durchaus mit einer hochverfügbarkeit über dns round robin arbeiten kann man muss allerdings die zeitverzögerung von 21 sekunden im auge haben wenn sie also bei link auf meeting klicken auf so ein meeting link was sie ja gemacht haben und es würde schon mal 21 sekunden dauern bis der browser überhaupt zum nächsten server hopst vorausgesetzt der nächste ist dann online es gibt dienste wo diese zeitverzögerung natürlich nicht gewünscht ist chrome zum beispiel macht es sehr viel aggressiver chrome macht nämlich drei verbindungen zur ersten ip auf und versucht die immer wieder und nach zwölf sekunden nach 21 sekunden geht er zur zweiten ip das heißt er versucht gleich parallel des threads aufzumachen dummerweise nur zur ersten ip schaut man sich den nächsten an firefox der macht gesamt besonders pfiffig vielleicht auch ein grund warum er so schnell ist firefox baut sofort verbindungen zu den ip adressen die er per dns gekriegt hat auf und versucht das immer wieder also firefox macht quasi ein fächerschuss und wenn man guckt der host der zuerst antwortet bei dem bleibt er dann hängen und die anderen connection baut er wieder ab insofern firefox ist von hause aus hoch verfügbar übers dns round robin betrifft ja firefox rules ich habe schon gesehen ob das sinnvoll ist ist natürlich eine geschichte wenn so ein browser sowas macht er belegt natürlich ganz viele tcp sessions und vielleicht wissen sie früher windows 7 hat man angefangen dass ein client maximal zehn gleichzeitig connections aufbauen konnte manchmal kann man natürlich auch sich selbst ins knie schießen für smb zb file server ist natürlich so eine multi ip antwort nicht sinnvoll es sei denn beide server hätten immer identisch die gleichen namen und selbst dann die erste exzess datenbank mit locking und die sache geht schief für link client ist dns round robin sogar der empfohlene weg der hochverfügbarkeit das heißt der link client ist tauglich rauszufinden welcher server online ist und automatisch zwischen den verschiedenen servern umzuschwenken kleiner nebeneffekt link client ist noch insofern schlau er merkt sich nach der ersten erfolgreichen anmeldung die liste der server die möglich sind das heißt wenn später mal jemand dns block funktioniert funktioniert trotzdem weiter im extremfall können sie in der netzwerkumgebung domain controller und dns server alle runterfahren und linkern sich trotzdem noch anmelden so viel zu hochverfügbarkeit und telefonie dienste kleines datenblatt für dns round robin ein name verweist auf mehrere adressen es ist sehr einfach zu installieren sie brauchen keine software oder hardware zu kaufen es hängt vom client ab wie ihr den failover hinkriegt manchmal gibt es sogar noch ein tcp session timeout etwas länger dauert es gibt keine bindung an die verfügbarkeit gehen sie nicht davon aus dass er einem dns server sagen können wenn ein server nicht da ist gibt diese ip adresse nicht raus zumindest nicht mit bordmitteln es gibt sicherlich dns server die sowas machen es gibt natürlich auch nicht unbedingt eine affinität sie haben zum beispiel gesehen dass firefox parallel mehrere connections dann aufmacht da kann man nur hoffen dass er bei der einen woran kommt auch hängen bleibt nicht dass er sich auf einer webseite anmelden und der download des hintergrundbilds von einem anderen server kommt und dort normale anmeldung kommt unschöne geschichten aber dns round robin ist eine einfache und günstige möglichkeit mehrere server erreichbar zu machen allerdings muss der client mitspielen uns protokoll so lb ich sage immer lb kostet nix taucht nix technisch ist es sie können bis zu 32 servern die gleiche ip adresse geben da wird jetzt eine andere netzwerk admin erstmal ein großes fragezeichen auf seiner stirn einzeichnen und sagen wie bitteschön soll das funktionieren dass mehrere systeme sich die gleiche ip adressen auf dem gleichen netz scheren und das geht tatsächlich und zwar über lb und ich zeige ihnen gleich zwei technischen realisationen wie das funktioniert der trick ist nämlich dass man den router und den switch so betrügt dass er die pakete immer an alle server schickt also eine anfrage eines clients muss immer bei allen servern im team ankommen und jeder server pickt sich dieses paket heraus die für ihn relevant sind und beantwortet die alle anderen server verwerfen die die einschränkung von lb ist er macht das sobald der tcp stack online ist also ob der web server auf dem server läuft interessiert es darunter liegende nlb nicht aber wir gucken erst mal wie funktioniert das dass ein paket zum server kommt ohne dass das switchen der router was macht deshalb habe ich jetzt ein anderes bild gemacht sie sehen links ein router der hat die ip adresse 1 mit der mac adresse 1 sehen sehen in der mitte ein switch mit dem port 1 und port 2 und sie sind rechts den ziel server nämlich einer aus so einem nlb team der hat die ip adresse 2 und die mac adresse 2 was passiert jetzt wenn von draußen ein client kommt wenn von draußen ein client kommt dann sendet der router zuerst mal einen app request als er sagt von der mac adresse 1 schicke ich ein broadcaster ffff und sage ich hätte gern die ip adresse des nlb und die quelle ist der router dieses paket geht durch den switch der switch lernt auf dem übertragungs weg die mac adresse 1 die vom router ist auf dem port 1 angeschlossen okay die zieladresse sind broadcast also schickt er es ins gesamte vlan viel spaß mit allen server die da drin sind der server auf der anderen seite bekommt die info der lernt nun die ip adresse 1 der router hat die mac adresse 1 soweit noch alles in ordnung nun generiert der server eine antwort nämlich eine antwort für den router und sagt hör zu meine mac adresse ist die 2 schicks zurück an die mac adresse 1 nämlich den router und die antwort sagt die die adresse 02 bf und so weiter hat die ip adresse des nlb dieses paket geht zurück so jetzt sehen sie aber der switch lernt jetzt die mac adresse 2 liegt auf dem port 2 aber diese 02 bf adresse die taucht in dem ethernet frame nicht auf also kann sich der router diese adresse 02 bf nicht merken im nächsten schritt kommt der router und sagt danke für die antwort ich habe mir gemerkt die ip adresse vom nlb hat die mac adresse 02 bf jetzt können sie raten was passiert das erste paket was vom client vom router jetzt wieder geschickt werden muss das animation weg gegangen wenn jetzt eine paket an die die nlb ip geht und an die mac adresse 02 bf dann geht das vom router zum server und der switch kennt keine keinen port an den die 02 bf gebunden ist und was macht ein switch er schickt das paket an alle ports raus und spätestens jetzt haben sie verstanden wie nlb im unicast modus schafft das ein paket an alle mitglieder des teams gehen die natürlich im gleichen subnetz sind das paket geht natürlich auch an alle anderen server im gleichen subnetz das ist zum einmal eine last weil er das netz flutet und zum anderen auch ein sicherheitsthema wenn der verkehr nicht verschlüsselt ist kann ich irgendein pc in diesem subnetz einschalten ein wireshark starten und die zumindest die eine richtung der pakete mitschneiden damit das nicht passiert gibt es eine zweite art das ist nämlich der multicast hier kommt ein neues paket zum einsatz der anfang ist wieder der gleiche die adressen merkte sich er merkt sich die adressen auch hier der server merkt sich die ip adresse dazu der server macht eine antwort aber jetzt ist die mac adresse eine 03 bf und es gibt multicast mac adressen die wenigsten admins wissen das aber das sind ip adressen die vom switch auf mehreren ports gilt also mac adressen die vom switch auf mehreren ports gelernt werden können das paket geht zurück der switch lernt es nicht und so läuft die sache weiter das heißt sobald das erste paket des routers an diese 03 bf geht geht das rüber zum server und der server antwortet drauf und spätestens jetzt lernt der switch die 03 bf auf welchem porte ist und da alle server im team darauf antworten auf diesen broadcast lernt der switch dass diese 03 bf zum beispiel auf dem port 2 auf dem port 3 auf dem port 4 angeschlossen ist und über den weg ist sichergestellt dass wenn der router paket dann die nlb ip schickt und als zieladresse 03 bf nutzt dass der switch die pakete auf allen ports raus sendet hier noch mal zusammengefasst wenn sie unicast nutzen dann heißt dass sie fluten ihr lan multicast ist schön aber der switch muss das unterstützen der router muss das unterstützen es gibt perfiderweise eine rfc in der steht drin routers main not automatisch leon multicast adresses das heißt interessanterweise scheint sich bloß cisco an die rfc zu halten die lernen das nicht automatisch wenn sie aus und cisco router haben müssen sie die mac adresse 03 bf mit der multica mit der nlb ip statisch eintragen es gibt eine dritte variante das ist über multicast ips diese magischen 224 bis 139 ip adressen ja dazu muss ein internet group management protokoll firmenweit oder sogar weltweit funktionieren technisch möglich eigentlich nicht verwendet nlb mehrere server haben die gleiche ip adresse jeder server pickt sich seine connection rein es kostet nix man kann es aber nicht auf microsoft cluster parallel installieren das heißt all die die damals gedacht haben installierten exchange 2010 dac und davor noch nlb mit cast drauf alles in einer box das funktioniert nicht diese beiden dienste vertragen sich nicht ich muss aber davor warnen das setup im lan ist nicht zwingend nicht unbedingt einfach sie müssen router beherrschen switches beherrschen ganz perfide wird es mittlerweile mit der virtualisierungstechnik mit virtuellen switchen die haben manchmal ein ganz komisches verhalten die zum beispiel pakete blocken wenn sie von der mac adresse kommen die in der virtuellen umgebung gar nicht definiert ist 03 bf 02 bf für die last verteilung kann man sagen der schlüssel ist die source ip das heißt jeder die server sprechen nicht unteneinander außer zu sehen dass er heile sind und wenn sie zum beispiel zwei server haben vereinfacht dargestellt könnten sie sagen der einen nimmt alle graden source ip's und alle anderen nimmt alle ungraden das funktioniert nicht genau so der macht ein paar schwere aber so lässt es am einfachsten erklären das heißt jetzt gucken wir weiter sie haben es gehört dns round robin nlb ip failover alle können paar sachen aber nicht so richtig perfekt und jetzt kommt die geschichte was ist ein load balancer ein load balancer ist eine aktive komponente in ihrem netzwerk man kann sie als hardware installieren man kann sie mittlerweile auch virtuell betreiben und der trick ist der load balancer hat eine physikalische ip zusätzlich gibt es aber auch virtuelle ip das heißt eine anfrage des clients geht auf so eine virtuelle ip landet beim load balancer und er verteilt sie zum nächsten hinten dran und der backend server schickt seine antwort wieder zum load balancer zurück damit er sie wieder zum client geben kann natürlich aus einem load balancer mache ich natürlich nicht gerade eine hochverfügbare umgebung wenn man also über hochverfügbarkeit und nicht bloß über load balancing nachdenkt sollte natürlich zwei davon haben und die beiden load balancer müssen für sich natürlich auch dafür sorgen dass sie eine hochverfügbarkeit nach vorne bereitstellen es gibt in der regel zwei installationsarten single lag und 2 lag andere sagen auch single arm und 2 arm sei es drum ich zeige ihnen einfach mal beide damit sie mal bis zu sehen was da geht das sind nicht die einzigen möglichkeiten load balancer anzuschließen aber es sind aus meiner sicht die beiden häufigsten das bild zeigt links ein client wie kann der ip-adresse dreimal die a1 dann irgendwo internet dns router so und dann gibt es sich im grünen netz und grünes netz mit subnetz bbb und da drin sind die beiden rechner service 1 service 2 mit den ip-adressen bbb 2 b3 und der load balancer hängt mit einem anschluss da drin also jetzt mal kurz skizzieren darf prinzip haben wir hier den anschluss des load balancers ist ein bisschen hinter die text gerutscht also das ist ein kleiner grüner single arm so was jetzt passiert ist ein client hat per dns den namen schon aufgelöst das spare ich mir jetzt und sendeten paket an diese bbb 55 ist die virtuelle ip des load balancers dieses paket geht zum load balancer was macht der load balancer der muss das paket ja nach hinten schicken er setzt das paket um und er sagt das paket kommt von meiner bbb 4 das ist die physikalische ip des load balancers man kann hier auch eine virtuelle einsetzen oder zusätzlich einsetzen das ist konfigurierbar aber wichtig ist es ist eine ip-adresse aus diesem grünen netz und es geht in dem beispiel an den server bbb 3 weil der vielleicht gerade verfügbar ist und online ist das heißt das paket geht rüber zum zum server 3 der server 3 ist für den ist ein ganz normales paket er formuliert seine antwort drauf und schickt das paket zurück zum load balancer der nun dreht das paket wieder um und sagt moment mal die source darf ja nicht der back end server sein die source muss jetzt wieder ich sein als load balancer und das ziel ist der klein das ist aus mehreren dingen wichtig zum einen der klein hat ja vorher an die bbb 5.80 was geschickt und erwartet natürlich auch nur von dort eine antwort wenn da jetzt der server direkt antworten würde da wäre so die eine andere feier wohl sicherlich dagegen diese ab diese konfiguration macht quasi ein doppeltes natting das heißt die quelle und das ziel wird umgenattet und das paket geht zurück und sie sehen das prob neben dem doppelten natten heißt es auch jedes netzwerk paket geht zweimal über dieses b netz einmal vom kleinen zum load balancer hin und dann über den gleichen arm raus zum service und vom service zum load balancer zurück und wieder zum kleinen zurück aber was auch gesehen haben der service hinten der sieht den load balancer als client das heißt der exchange server der links server oder was auch immer der web server der sieht gar nicht die ip adresse des richtigen kleines sondern das sieht immer den load balancer als anfragenden und es hat zwei große nachteile also load balancer hat halt auch nur 65.535 ports pro ip adresse der trick ist man gibt den load balancer einfach ein paar ip adressen mehr aber viel schlimmer aus meiner sicht ist dass der server hinten eben nur den load balancer krieg sieht das heißt in is logs können keine auswertung nach source ip machen wenn jemand per email abholt und sie möchten wissen wer es war können sie das nicht auf dem exchange server rausfinden und sie können zum beispiel auch nicht nach fehlern suchen das sind aus meiner sicht die schweren die nachteile dieser konfiguration der große vorteil ist so lässt sich ein load balancer quasi innerhalb von minuten in den netz integrieren weil sie sonst nichts ändern müssen wenn sie aber sagen also bei exchange noch was wichtiges wer von ihnen sicher arbeiten einige von ihnen mit dem receive connector wo sie anhand der source ip sagen die und die source ip dürfen uns als relay missbrauchen wenn sie so einen smtp empfänger über laut bei sehr hoch verfügbar machen und sie sehen die source ip nicht dann müssten sie all diese regeln versuchen load balancer zu pflegen nicht gerade einfach die alternative ist zu sagen man installiert den load balancer als tool lag das heißt man stellt ihn zwischen rein das heißt die clients sprechen vom netz a dem blauen netz über das gelbe netz c zum load balancer sie sehen die virtuelle ip adresse ist die ccc5 der load balancer hat aber nach hinten zu sein backend server ein eigenes subnetz technisch passiert ist folgendes der client schickt wieder wie gehabt paket hier rüber und der load balancer setzt das paket jetzt um und man sieht die quelle bleibt unverändert der load balancer setzt nur das ziel um auf den entsprechenden server das paket geht dann zum server hin der server antwortet er hat die offizielle ip adresse er kann restrictions anhand der ip adresse machen er kann alles mögliche auf basis der source ip machen das paket geht zurück zum load balancer und jetzt muss der load balancer auch nur noch das ziel umsetzen entschuldigung die quelle wieder ersetzen das ziel bleibt ja unverändert und das paket geht wieder zum kleinen zurück der große nachteil dieser konfiguration ist natürlich ein weiteres subnetzes erforderlich und der service rechner im hintergrund sieht ja die offizielle ip adresse des clients und damit diese umsetzung auf dem rückweg erfolgen kann muss der service quasi alle pakete von clients und es können ganz viele subnetze sein im extrem fall das ganz große internet muss der service diese pakete zum load balancer durchschicken das heißt der load balancer wird zum default gateway das große problem dabei ist einfach dass der load balancer zum router wird und das ist viel netzwerkadministratoren erstmal nicht so bekannt oder sagen weit mal roter sind router das ist mein chor bilder der ist dafür gekauft er ist im rack eingebaut der load balancer soll jetzt zwischen netzen routen es darf keinen weiteren router neben mir geben aber es ist tatsächlich so diese konstellation diese jetzt gemalt habe sieht sehr einfach aus auf der nächsten seite zeichnen was da noch alles passieren kann auf was er noch bedenken müssen nämlich die tatsache dass das default gateway der load balancer ist auch ein back end service muss zum beispiel mit dem domain controller reden wenn der domain controller nicht im gleichen subnetz steht sondern im anderen subnetz dann hieße das auch der ldub traffic würde durch den load balancer als router nach draußen in das andere subnetz gehen oder sie haben irgendwo ein backup server der über tcp ihre geschenkstaatenbank sichert wenn es aber jetzt sagen wo wunderbar da mache ich im hintergrund ein kleines violettes backup plan rein ab dem moment hat ihr service rechner zwei netzwerkkarten dann kommen wieder da die geschichten auf welcher netzwerkkarten binse net bios mit welcher netzwerkkarte registriert sich der server im dns server sie sollten also garantiert nicht beide verbinden wenn sie jetzt wir hier gezeigt noch ein router haben denn diese netze miteinander verhindert weil sie glauben ja dann ändere ich doch hier über die leitwege da müssen sie wieder furchtbar aufpassen dass ein paket vom client nicht über den load balancer zum service hingeht aber das rückpaket am load balancer vorbei geht und diese ersetzung nicht mehr passiert ganz grifflich wird es wenn sie zum beispiel application server haben diesen violetten up server hier dargestellt und er steht jetzt nicht draußen im client netz sondern der steht immer server erzählt rechnen zentrum also in diesem bbb netz wenn dieser abrechner jetzt zum beispiel auf den exchange cast zugreifen möchte dann hilft ihm sehr nicht wenn er hinten auf den grünen server zugreifen sondern er möchte vorne auf diesen gelben load balancer von draußen kommen das kann er ja machen über den router der unten ist das heißt der server ab wenn ich es mal kurz einmal das heißt wenn der hier ein paket senden möchte dann kann er das ja über diese leitung hier runter hier draußen auf den load balancer senden ist ja kein problem der load balancer gibt es auch problemlos nach innen weiter aber wenn der service jetzt beim layer 2 bei diesem load balancing mit zwei arm die originale source ip sind sieht dann wird dieser server direkt hierhin antworten weil es ist das gleiche subnetz da greift die fort geht wir nicht also das sind einige dinge die man berücksichtigen muss die meisten firmen lösen das dadurch dass zwischen dem load balancer und dem service rechner quasi ein eigenes faulen ist was nur die miteinander verbindet was auch gar nicht gerutet ist was niemand wissen muss damit also sichergestellt ist dass dort kein querverkehr passiert das heißt sie müssen sich da schon ein bisschen gedanken machen über ip routing über leitwege warum lobe was kann load balancer noch ein bisschen hin und her natten kann ja auch fritz box zumindest mal auf die in die eine richtung aber interessant wird es natürlich wenn so ein load balancer im hintergrund die server überwacht also nicht bloß anpingt sondern dass zum beispiel so ein load master mein owa server alle minute holt dass ich die anmelde seite von owa und guckt ob die antwortet ganz neu für exchange 20 13 managed availability vielleicht hat sie man schon gehört das heißt sie gehen auf https schrägstrich schrägstrich server name schrägstrich owa schrägstrich health check punkt htm und der exchange 2013 server liefert ihnen 200 okay wenn alles in ordnung ist wenn sie den dienst stoppen kriegen sie kein 200 okay mehr endlich ist diese funktion drin weil jetzt kein load balancer über den weg wirklich auch sehr auf sehr hohem level feststellen ob der back end server funktionstüchtig ist und nicht bloß anpingt war aber es gibt auch andere dienste wie mail ftp und so weiter das heißt ein load balancer kann wirklich auch gut qualitativ prüfen erlaubt der pop server eine anmeldung auch die verteilung muss er nicht bloß nach der source ip machen sondern er kann so round robin verteilen er kann den server als nächstes bedienen der bislang die wenigsten connections hat und es gibt sogar die möglichkeiten dass ein load balancer vom server abfragt wie hoch ist deine cpu lost oder dann der generelle belastung und so eine echte last verteilung macht und nicht bloß eine 1 links 1 rechts 1 links 1 rechts jetzt haben wir alle gehört dass microsoft den tmg server abgekündigt hat und ja er wird ja noch entwickelt bis 2015 ich glaube bis 2020 ist auch noch support sichergestellt aber nichtsdestotrotz tmg server läuft nicht auf windows 2012 und nicht jeder will noch 2008 installieren kaufen können sie ja sowieso nicht mehr mittlerweile können load balancer sogar diese vor authentifizierung das heißt die load balancer rutschen immer mehr in die plattform application hosting oder publishing beim campus zum beispiel so hier rechts sehen sie das bild dass ich quasi eine authentifizierung gegen meine active directory machen kann das heißt der load balancer zeigt mir eine anmeldeseite ich gebe dort username kennwort ein und erst wenn dort wenn ich dort authentifiziert bin schickt er mich nach hinten zum exchange server das kann man auch sogar noch erweitern mit rsa dies damit das auch schon abgefedert wird also die load balancer heute sind bei weitem weiterentwickelt von dem was man vor zwei drei jahren gesehen hat es gibt mittlerweile auch url filtern und dass man suchen ersetzen kann also im string drin im html code das sind alles dinge die mit dns round robin nicht gehen die mit microsoft cluster nicht gehen wo die mit nlb natürlich nicht gehen also hier noch mal ganz kurz das datenblatt der load balancer ist der endpunkt des clients ersetzt die anfragen um per destination partner oder person und source nat und natürlich dem mit wo ssl aufbricht da bin ich jetzt gar nicht darauf eingegangen indem als https reverse proxy arbeitet das heißt der client schickt seine http anfrage in den load balancer der gibt sich als web server aus holt sich die daten seinerseits aber natürlich von innen mit allen möglichkeiten diese haben den content da entsprechend zu verändern load balancer müssen natürlich selbst virtuell hoch verfügbar sein hardware ist möglich recht einfach virtuelle maschine erlaubt ihnen den betrieb zum beispiel in escher oder in amazon vs wer mag ich habe auch in escher camp vm laufen also wenn es ein escher konto haben können sich eine camp vm einfach einbinden und starten und mit rumspielen und das system über den weg kennenlernen eine virtuelle maschine hilft aber natürlich auch an premise wenn sie zum beispiel sagen eine plattform einer hochverfügbarkeit ist die service failover geschichte die ich am anfang vorgestellt haben und natürlich ist auch eine virtuelle maschine die von einem host auf den anderen rüber fällt eine art hochverfügbarkeit bereitzustellen aber natürlich nicht für lastverteilung der load balancer selbst kann aber damit natürlich auch hochverfügbar gemacht werden wenn man das möchte der große vorteil ist die überwachung der dienste die variable einbindung wie die daten verteilt werden zum beispiel unter berücksichtigung der server last und antwortzeiten auch zu steuern wird dass der klein immer wieder zum gleichen server kommt ist sehr umfangreich möglich also das ist deutlich was anderes sie sehen es eigentlich unten schon wer einmal load balancer benutzt hat der wird nlb nicht mehr anschauen und da ist vieles dran das heißt am anfang sind die hürden vielleicht hoch gefühlt zu sagen load balancer neue technik neue hardware kenne ich mich nie aus will ich gar nicht haben sie glauben gar nicht wie viele probleme sie mit dem load balancer weniger haben diese ansonsten noch mit anderen dingen haben so mal so kurze geschichte für bekannte dienste bei chains 2010 war so ganz viele dienste benötigen eine affinität über session id oder cookie das heißt man musste ganz viel über ssl reverse proxies machen ganz einfach wenn sie sich ein ober anmelden ist dem so und ja richtig der hinweis ist vm failover und mac address und lizenzierung das ist okay im chatfenster wer es gerade gelesen hat aber dafür kann man sich auch eine antwort überlegen ich schätze 2010 beim api ist es ganz wichtig die ports auf dem server zu fixieren damit wirklich alle server im team hinten die funktion nutzen 2013 hat microsoft ganz kräftig was geändert und zwar dort ist exchange 2013 in zwei rollen aufgeteilt worden die eigentliche mailbox rolle die quasi alles macht und davor die kass rolle oder die die eigentlich nur reverse proxy ist eigentlich die kass rolle laut balancer aber nur für exchange natürlich das heißt sie könnten von draußen egal über welchen kass server sie reinkommen der kass server leitet ihre anfrage auf den mailbox server um auf dem ihre postfächer liegen letztlich sagen wir mal so viele dinge die microsoft entwickelt sind sicherlich durch office 365 getrieben weil wenn sie so eine große exchange umgebung wie microsoft in der cloud betreiben und sie haben davor natürlich load balancer um die kass server zu verteilen und sie müssen das mit ssl reverse proxy aufknacken dann ist das eine richtige kostensituation weil da braucht man schon richtig rechenleistung dafür vor allen dingen wenn man sich über 10.000 100.000 und millionen von clients gedanken macht sind ja ganz viele sessions bei 2013 können sie wirklich mit dns round robin exchange hoch verfügbar machen ob sie das wollen ist ihre geschichte ist eine frage die ich auch noch stelle denn wenn man so macht und sie starten outlook und erreichten kass der moment down ist dann wird outlook halt irgendwo 23 sekunden bremsen verzögern bis er zum anderen rüber fällt will man vielleicht nicht unbedingt bei 20 13 ist es schon immer so schon auch bei 2010 dns round robin ist der empfohlene weg um die sieb dienste alle dienste verfügbar zu machen mit einer ausnahme die web services von link also die über dieses link adressbuch runterladen ihre zertifikate kriegen group expansion response group steuern all die geschichten wenn sie dort kein load balancer nutzen sondern dns round robin dann passiert es dass sie was tun und der client hängt ihren wo 25 sekunden bis er den nächsten findet und das mit dns round robin ist ja auch immer das problem wenn sie zum beispiel pool aus vier servern haben und wo sind da und dann kann sich zeit auch einfach mal verdoppeln weil ich zuerst den einen erwische der nicht da ist dann den anderen der nicht nachwisch bevor ich auf den nächsten gehe hier ist also ein load balancer auf jeden fall empfohlen bei sharepoint ist es sowieso klar sharepoint frontends wenn sie mehrere aufbauen da brauchen sie im prinzip ein load balancer über die cookies und die session ids die clients immer wieder auf der gleichen auf dem gleichen frontend log hinrutet da brauchen sie mit nlb und dns round robin nicht wirklich anzufangen wenn man was so ein ding schon mal hat also den meisten kunden ist es so dass man sharepoint oder link oder exchange hat und dafür ein load balancer kauft wenn er aber schon mal da ist und der load balancer jetzt nicht pro virtual server lizenziert wird oder proband pleite lizenziert wird wie das bei einigen firmen der fall ist dann kann natürlich sagen moment mal was könnte ich denn noch über den load balancer virtuell leiten denken sie mal an smtp versand zwischen servern da brauchen sie es nicht das macht die exchange alleine aber pop und email map da ist es ganz nett wenn sein immer wenn sie im ab server hinten zweimal haben und der client macht kein failover aber wer von ihnen nutzt nicht irgendwelche powershell skripte oder plattex um aus dem skript eine mail zu verschicken wenn in dem moment der mail server nicht erreichbar ist das einzige was das skript macht da lief eine fehlermeldung aber versucht es nicht noch mal und wir fangen seine fehlermeldung im skript ab wenn sie gerade einen fehler per mail schicken wollten das bisschen blöde da ist also ganz interessant den port 25 für einen mail empfang von clients über load balancer zu jagen weil nur damit wirklich sichergestellt ist dass der load balancer denn für das die verbindung zu einem server leitet der auch da ist aber auch ldaps sie klar domain controller haben wir mehrere ldaps server windows client macht automatisch eine wahl aber hat nicht jeder von ihnen irgendwo so einen komischen drucker der scan to mail hat und über eltern adressbuch abfragen kann und mal ehrlich in wie viel diesen mobierern können sie mehrere server eintragen oder wie reagiert er wenn sie dort den dns name eintragen der dns round robin verteilt wird eine ganz einfache möglichkeit über den weg die zufriedenheit der mitarbeiter zu steigern nichts ist peinlicher als wenn so ein chefsekretariat ein wichtiges dokument scannen möchte und auf dem drucker nach der adresse sucht und der wartet ja oder lieferten ldap timeout weil sie gerade ein domain controller boten das gleiche auch für radios ich habe so ein bv access point da kann ich nur genau ein radioserver eintragen ich habe aber drei im netz also schicke ich den radios dienste von load balancer und er verteilt ihn und so gibt es noch ganz ganz viele dinge wo sie sagen wenn ich den load balancer schon mal habe dann habe ich auch durchaus noch ein paar ansatz zwecke dafür um damit mehr zu machen jetzt kommt natürlich die frage welcher ist der richtige es gibt eine ganze menge load balancer wenn sie die diversen magic quadranten von gardner und eoc und wie sie alle heißen verwenden da werden sie feststellen es gibt ein paar ganz große hersteller die schon immer so namen haben wie f5 und sysco und so geschichten und es gibt ein paar andere hersteller die auch nicht viel schlechter sind die vielleicht von der features nicht so umfangreich sind aber von der leistung vergleichbar vom preis durchaus interessanter ich selbst beziehungsweise firma network wir haben natürlich damals mit 2010 damit hat es wirklich angefangen und im kasse ray uns gedanken machen müssen wie installieren wir bei unseren kunden exchange und welchen load balancer platzieren wir hier der für den klassischen deutschen mittelstand ich denke mir jetzt nicht an die großen firmen mit 20 30.000 leuten mehr damals sondern eher die leute die gesagt haben ich hätte hier gern zwei server als dac weil ich eine gewisse verfügbarkeit brauche die applikation finde ich auch ganz nett aber die kass server möchte ich keine dritten und vierten server installieren damit ich nlb nutzen kann geht da nicht was anderes und damals haben wir uns rumgeguckt und sind dann quasi bei camp hängen geblieben weil faszinierterweise die teile preislich sehr interessant sind und vor allen dingen per gui einfach zu konfigurieren also selbst ich kriege das hin obwohl ich nicht regelmäßigen camp konfigurieren ob dann virtuell läuft oder auf hardware das ist mir dann eigentlich wurst sie sehen auch hersteller wie microsoft veröffentlichen entsprechende zertifizierungen das heißt exchange 2010 habe ich hier einen link angegeben für link sowieso und das sind die entsprechenden mit drauf wo ist meine nächste folie hier habe ich einfach mal eine überstellung gemacht das sind jetzt nur die physikalischen load balancer also die virtuellen und die in der amazon cloud und die die man als bare metal kaufen kann um zum beispiel auf dem cisco pc auf dem hp dell oder oracle maschine info oracle war früher san als hardware da sehen sie was da im moment technisch möglich ist sie sehen auch den großen sprung hier zwischen den ssl keys zum beispiel dass der kleine das nicht kann aber wenn sie einfach noch mal gucken die anzahl der max der layer 4 connection die es hier gibt ich sag mal vier millionen layer vier konkurrent connections das wird für eine ganz normale mittelstände schon ziemlich schwierig und auch die 1000 virtuellen server da haben sie genug luft nach oben ob sie jetzt gleich geo load balancing machen müssen das sei dahingestellt schauen sie einfach selbst um wenn es richtig weiß können sie sich bei camp auch so ein teil als teststellung organisieren sie kriegt eine virtuelle maschine sie können sich den escher angucken wir sind damit recht gut gefahren hier habe ich noch ein paar links für die idee das jetzt alles so schnell ging ich habe das alles noch ein stück weit versucht zu erklären und zu beschreiben auch mit den bildern wenn es richtig weiß die powerpoint stellen wir später zur verfügung sie müssen das also jetzt nicht abschreiben oder abtippen das haben wir so ich würde jetzt gerne noch zwei drei umfragen mal einstellen um zu fragen um hier wo ist es denn hier eine umfrage war die hier das heißt sie müssen nicht antworten das gleich vorneweg mich interessiert wer mir denn das gerade zugehört hat würden sich eher als administrator sehen oder beziehungsweise endkunde der sagt ja ich mich interessiert die information weil ich generell was über load balancer wissen möchte sind sie vielleicht ein dienstleister der sagt dankeschön dass frank harius hier so frei von der leber raus erzählt welche erfahrung er gemacht hat und wir sind schon ziemlich viele antworten da ich denke ein eindruck reicht eigentlich schon das heißt wir haben doch ganz viele leute die load balancer entsprechen da haben dann schaue ich noch mal die zweite unfrage und lässt die geschichte wer von ihnen hat denn schon etwas oder noch nichts das heißt wer hat noch kein load balancer werbe hilft sich noch mit lb und dns round robin ich sehe schon wieder tippfehler das soll round robin heißen interessant ganz viele leute nutzen sogar schon camp ok ich denke für ein erstes feedback reicht es einfach mal damit man das entsprechend haben so ich bin jetzt eigentlich am ende meiner präsentation angekommen das können wir noch gucken ob wir hier im bereich wenn das immer noch fragen hat können wir die gerne über die konfiguration machen ansonsten blende ich jetzt gleich noch mal die kontaktdaten von mir ein für die diese wirklich noch nicht haben sollten und und na komm so sie haben uns eine zip adresse das auch gleich die e mail adresse wäre nett wenn sie mir irgendwie ein feedback geben ich weiß nicht ob es sowas anbietet sie können es gern auch twittern oder sonst was ich hoffe es hat spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht das nächste mal